Hey Leute, hier ist der Aldemar, zurück mit Becastled. So, das ist unsere Kirche, habe ich vergessen, letzte Folge zu besetzen. Okay, so, wir brauchen einen neuen Holzfäller. Wir brauchen einen Jäger. Huntershut. Weil die war nicht mehr da. So. Das ist wieder alles unbesetzt. Komisch. Der Markt ist immer wieder unbesetzt. Das ist alles besetzt. Da kann man noch einen reintun. Das ist alles richtig. Okay, wir wollen noch ein bisschen Geld sparen. Wir brauchen Katapulte auf den auf den Türmen. Von wo kommen die als nächstes? Von da oben. Schade, hier kann ich nichts hinsetzen. Ich kann Häuser upgraden. Das ist doch viel besser. So, Military. Okay. Genau, die beleben jetzt die Gefallenen wieder. Das ist doch super. Noch zwei drin. Sollen wir mal den Wolf da weg machen? Aber noch könnten sie uns helfen tatsächlich. Nein, greift nicht meine Leute an. Das ist verboten. Nein, ich wollte sparen. Katapult. Halt. Es wird gespart. Sehr gut. Da stehen genug rum. Wir können bei dem Sonnenlappen noch mal einen reintun. Bei dem Sonnenlappen. So, wir brauchen aber noch eine bessere Taverne. Ich weiß ja nicht, wie viel Plus das bringt. Plus eins. Sehr schön. Plus eins. Das ist gut. Null ist auch okay. Hauptsache nicht Minusproduktivität. Produktivität. So, jetzt habe ich es. Siehst du, vergessen. Klar, dass da so viele Leute rumstehen. Okay. So, wie viel brauche ich noch? Kommt das da in das Katapult für die nächste Nacht? 500. 30. Ach, Steine. Äh. Sie müssen jetzt Holz kosten, an der Stelle von Steinen. Aber ist okay. Ja, ist das Auto. Guck mal. Wie sie bauen. Fleißig. Oh man, schön, ne? Nicht KG. Auf G könnt ihr das ausblenden und coole Screenshots machen. Falls ihr jetzt auch spielt, Leute. Könnt ihr mal ein paar Bilder im Discord posten. Bei mir. Bei eurer Burg. Und bis zu wie viel Welle ihr es geschafft habt. Warum nicht? Äh, warte mal. Siehste? Hä, was ist denn los? Die ganze Zeit irgendwie was. So, jetzt endlich. Aber, ach so, dann gehen da aber keine Bogenschütze mehr drauf. Das müssen wir auch immer beachten. Das habe ich nämlich nicht. Bei Strongheart geht das auch so. So. Schön aufpassen vor dem Area Damage. So. Als nächstes bauen wir den zweiten Wall. Okay, und zwar. Ich muss mal was gucken. Es geht nur außerhalb, ne? Das ist blöd. Äh, hier geht's doch. So, so. Bisschen blöd trotzdem. Leicht blöd. Okay. 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 Ich glaube, ich baue noch eine Taverne. Ich will, dass die richtig fröhlich sind. Richtig, richtig reinhauen. Mh. Mh. 3400 Holz. Da können wir bald aufhören. Mh. Mh. Aber erst, wenn wir die zweite Palisade gebaut haben. Nächste, nächste Runde. Also, nächste, nächster Tag. Die Wölfe bleiben erstmal. Wie gesagt. Ich glaube, die können uns wirklich behilflich sein. Und wir werden mehr Nahkämpfer bauen. Ich will, dass die sich richtig was liefern auf den Feldern. Feldern des Todes. Ist das meine Güte? Ich glaube. Ich glaube, das ist super mit dem Pikeman aus zweiter, zweiter Reihe zu kämpfen. Geil. Los, los. Äh, ach so. Was ist denn hier los? Hä? Ist ja nicht alle drin. Und da ist es so. Ich glaube, das ist ja ganz gut. Ich glaube, das ist wirklich richtig. Ich glaube, das ist alles. Ich fühlte mich. sagt. Okay, die Nacht geht los. Die Nacht des langen Gemetzels. Da kommen sie. Okay, wir werden sie weiter, äh, rumscheuchen. Ein Katapult. Träbuchet, Entschuldigung. Es ist auch eher eine Mange. Träbuchet, ich glaube, die Leute haben... Ne, es ist ein Träbuchet. Oder eine Mange. Ich glaube, es ist aus wie eine Mange. Eine Mange schießt viele kleine Steine. Oh, Bogenschützen. Nicht gut. Oh, je. Ja, ja. Es ist alles egal. Angriff. Feuerpfeile. Ah, oh Gott! Also gibt's kein Friendly Fire. Kinderspiel. Wir brauchen noch mehr Soldaten. Ich will so eine riesen Armee auf die loshetzen. Okay, alles klar. Schnell, jetzt müssen wir ersetzen. Stonequarry. Holzfäller hier oben. Ob überall alles richtig ist. Tja. Da ist alles drin. Zack, mehr Frieden. Äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Die Sonnenlappen. Die aufgebaut. Da sind alle drin. Essen haben wir genau exakt gleich. Das ist aber ist auch wiederum nicht so geil. Deswegen ja, Stein ist halt ein Problem. Leute haben wir genug. Sonst kann sich keiner beschweren. dreißig. Okay, so. Ich kann das drehen. Ich kann das drehen. Keine Sorge. Ja. Ja. Yeah! Sternenfort! Deluxe! Aber das bringt uns jetzt noch nicht so viel. Echt? Das muss jetzt sein, damit wir da einen mehr drin haben. Okay. Konsum ist sehr hoch. Das Ding ist, wir haben... Ach so! Ich sehe schon. Von wo kommt denn der nächste Angriff? Von da natürlich. Jetzt bauen die das ganze Zeug erstmal natürlich. Aha! Ah! Hm, 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 hm. Buh! Ja, und dann müssen wir die erstmal aufwerten. Auch wenigstens immer da, wenigstens von wo die... wenigstens, wenigstens von da, wo bald die Wellen kommen. Ah, sehr schön, die sind wiederbelebt worden. Erstmal alle sammeln. Sammeln. Okay. Wir gehen mal die Wölfe... Obwohl, nee. Diese Nacht können wir die gut gebrauchen benutzen. Wollte ich sagen. Es gibt immer einen Grund, warum es nicht funktioniert. Irgendwas ist immer. Ihr sollt den Mark doch benutzen. Okay. Sehr schön. Wollen wir hier das... Hier das Katapult hin oder... Hier hin? 300... Aha, siehste. Sonst ist alles okay. Alles wird funktionieren. Ohne noch Kohle. Die kommen nach draußen. Scheiße, die kommen jetzt echt rein, ne? Na gut, siehviel dazu. Ähm, hallo? Ähm, hallo? Jetzt mal jemand die Wölfe töten! Oh, diese KI. Nein, schieß doch noch nicht drauf! Ich glaub, sie wissen gar nicht, wie es funktioniert. Hallo? Oh, Mann. Oh, Mann. 500, ja. Der... Er schafft das nicht. Der Wolf ist nicht angreifbar. Okay, dann gehen wir mal schnell rein und machen das Tor zu. So, nix da. Der blöde Holzkarten kann da bleiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh je. Oh je. Ich glaub, ich speichere mal. Ich gebe zurück ins Hauptmenü. Das wirkt ja Wunder. Das wirkt ja Wunder, man weiß ja nie. Ist ja Demo, ja? Wir hoffen auf das Beste. Sonnenface. Sunshine. Oh, meine Güte. Das nenn ich mal Produktion. Shit. Irgendwann mal. wird mir auch so groß sein. So, jetzt müssen wir hin. Das gibt's nicht, oder? Das funktioniert nicht. Wir haben ein riesen Problem. Scheiße. Ja. Der war schuld. Okay, wenigstens schießen sie auf irgendwas. Ach so. Ach so. Hör, wir sind hier abläinigert. Flieht! Funktionier doch KI! Geh rein! Der Rest ist auf sich gestellt! Ich glaube, wenn ich Leute auf die Maul stelle, darf ich sie nie wieder bewegen. Und ich glaube, ich muss sie einzeln bewegen. Die funktionieren einfach nicht mehr. Sie wollen nicht hochgehen. Sie wollen einfach nicht. Einzeln, okay. Müssen wir halt wieder aufhauen. Wir haben ja genug Ressourcen. Okay. KI platzieren. Nie wieder bewegen. Ist der Wolf jetzt tot? Okay, den haben sie wenigstens ermordet. Nein, nicht die Kirche! Ihr Monster! Ach, guck mal! Schon besiegt. Kinderspiel. Okay, alles klar. Erstmal die Kirche. Das ist nämlich ein riesen Problem, bis sie jetzt nicht da ist. Oh, alles verpackt hier. Warum immer die Typen weg sind, meine Güte. Oh Mann, hoffentlich kann ich die überhaupt noch wieder belegen. Leben. Also der erste Wal ist ganz gut. Da halten die sich mit dran auf. Ja, ist doch scheißegal. Können wir da immer Katapulte drauf stellen und schon schießen die. Und die Bogenschützen lassen wir hinten stehen. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So, dann wer lebt mal bitte. 1080. Okay, jetzt kommt hier unsere Kasernen, unsere Kasernengroßmacht hin. Okay, plus eins. Okay. Tausend im Monat ein... Ein und Dingens. Einer reicht da. Einer reicht da. Einer reicht hier auch. Einer hier wieder rein. Zwei sollen da rein, meine Güte. Los, los, keine Müdigkeit. Vorschützen hier. Dekoration. Ein wunderschöner Brunnen kommt hier hin. Ein wunderschöner Brunnen kommt hier hin. Okay, das sieht doch gut aus. Okay. Von... Da unten. Da unten. Zwei Katapulte. Oh, die sind nur am Beleben hier. Alter, dass die aber auch nirgendwo hingegangen sind. Übel. Alter. Okay. Das ist okay. Damit können wir arbeiten. Die sollen da ruhig durchbrechen. Hör auf, da rumzuzappen jetzt. Was? Ihr seid ja fürchterlich. Was? Archmatch Fuguja. My lord, the lunar monsters are preparing an unusual powerful attack. I prepared spells to summon the spirits of ancient archers. I guess you would like to try it. Was? Was? The spells of ancient... Maybe you wanna try it? Was? Wir machen auch noch einen Katapult drauf. Jetzt fehlt noch Gold. Ah ja, siehst du. Wir haben ja... Ne, das geht sogar. Da sind sie dran. Sehr schön. Ja, wir könnten aber noch so einen bauen. 20% Bei Praktika. Uli, wir waren das normal. Sogar Chuck Norris kriegt 20% bei Praktika. Wir waren das normal. Irgendwie so, ne? Ach ja. Chuck Norris... Das Wasser wird nicht nass. Chuck Norris wird nicht Wasser. Das Wasser wird Chuck Norris. Ich hab schon verkackt. Die bleiben auf jeden Fall in dem Wall. Die sind immer noch am Beleben wie die Berserker. Scheiße. So viel dazu. Oh Mann. Komm von da. Da. Äh. Ach. Yeah, geil. Wuuu. Okay. Ich kann's sogar nochmal machen. Ich glaub ich baller die voll rein, oder? Das ist doch super. Wo wollen die denn hin? Hab ich hier irgendwo noch ne Lücke? Toll. Super Fuß. Macht sich... Ah, sehr gut. Das war das Katapult. Lol, die sind ja krass. Also Magie ist auch ne gute Idee. Kämpft! Los! Oh oh! Halt! Haha! Nichts da, Freundchen. Kämpft Soldaten von Gott, Walter! Das Gottwaldertal muss wieder verteidigt werden. So heißt das hier. Der Ort. Ja, ich glaub Außenwahl nur Katapult ist ne gute Idee. Auch wenn die selten was treffen. Hoffentlich krieg ich die jetzt immer die Bogenschützen. Oder hab ich jetzt gewonnen? Ah, da kommen noch ein paar. Oh, das war's! Wir haben's durch! Haha! Ich glaub ich hab am letzten Mal bei der... Da verloren. Guck mal, Belauungstürme. Map Randomization, Map Exploration. Siege Towers & Letters & More Siege Gameplay. More Buildings & Defenses Upgrades. Research Tree. More Content at Playtime. Regular Updates. With New Content. Leute! Ja? Ich werde als nächstes Kingdoms & Castles spielen. Das hab ich lange nicht gespielt. Da gab's viele Updates. Das ist auch so ein Horde-Modus. Guckt rein! Es ist sehr gut. Kingdoms & Castles wird die Tage kommen. Ähm. Ist sehr schönes Spiel. Ihr werdet sehen. Also wer's noch nicht kennt. Haha! Es ist auf jeden Fall dem was hier... Dem sehr ähnelt. Gibt aber noch eins. Das heißt, äh... Ah, wie heißt das nochmal? Diese kleinen gelben Männchen. Das bringe ich vielleicht auch nochmal demnächst. Ja, also! Liebe Leute! Ihr seid die Besten. Und bis dann wie immer. Haut rein! Ciao, am навер auf. Gibt es gleich!